Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von A Black Good Tale. Wir haben es ja hier in diese Katakomben geschafft und haben uns hier die Tür da weggesprengt. Und jetzt gehen wir mal weiter. Mal schauen, was uns da noch so erwarten wird. Da müssen wir wohl nach oben. Und wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, ich glaube, wir sind nah am Finale. Aber das ist nur so ein Gefühl. Da komme ich jetzt nicht durch. Ach so. Ich muss das hier sprengen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich die Ohren zuhält. Wenn man das macht. Oh. Ach hier. Äh, ich wette mal. Wir müssen das da oben irgendwie holen. Sieht so cool aus. Und nach all den Jahren brennt es hier natürlich noch. Sie kam wohl hier vorbei. Da. Der Wagen ist auch mit griechischem Feuer ausgestattet. Oh. Das sieht gefährlich aus. Ja, ich glaube, der könnte jetzt ein bisschen lauter knallen. Als wie nur so ein einziges Fass. Hier, eine Korbel. Na los. Sie öffnet das Fallgitter. Der Wagen rollt gleich los. Na dann. Und los geht's. Und? Okay. Was verbirgt sich hier unten? Holy shit. Okay. Leute, da muss ich ein Foto machen. Das ist ja mal mega episch. Dann kannst du bitte maximale Schärfe machen. Ich spiele uns die Unschärfe hier jedes Mal. Das sieht mega geil aus. Okay. Wieder zurück zum Spiel. Wir sollten nicht hier sein. Tja. Sind wir aber. Ähm. Ich glaube, ich mache mal das Feiern hier. Ja. Ratten. War ja klar. Ja. Krass. Ich wusste es. Dieser Ort ist böse. Moment. Na. Die Schienen. Sie bauten das alles, um sie ins Schacht zu halten. Was? Ja. Machen wir den Weg frei. Wenn du meinst. Womit hangen wir an? Ja. Ich würde mal sagen, mit dem hier. Diese Feuerwecken hier können bewegt werden. Auf Schienen und mit griechischem Feuer. Geschickt. Der Orden kennt sich mit Ratten aus. Gut. Mal sehen. Ähm. Sagen wir das hinten da auch noch irgendwie herbringen? Kannst du das eigentlich verwenden? Nee. Ähm. Sagen wir nochmal das hier. Kommt her. Du hast das also schon mal gesehen. Am anderen Ende des Landes? Kein Zufall nehme ich an. Nein. Die Makula verbindet an. Alles klar. Fertig. Warum ist das jetzt fertig da hinten? Ähm. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal da hin. Sollen wir das Licht brechen. Sophia, warte uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. Denn ich möchte zu der Kiste da hinten hin. Vorsicht. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Gut gemacht. Schieben wir das hier. Ähm. Ich glaube, ich hätte das hinten lassen sollen. Aber wie kann man das Teil besch... Hä? Wir sollen das jetzt wegschieben? Komm. Sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja. Geht's auch nach hinten? Nein. Ich hätte jetzt gedacht, so... Da nach links. Ah, das geht ja auch. Oft genug. Oft. Und wir haben sie immer überlistet. Weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz genau. So, weiter geht es nicht. Hey, da ist ein Gleis, das direkt zur Brücke führt. Aber dieses Wrack scheint im Weg zu sein. Ich seh mal nach. Ähm. Okay. Warte mal. F anziehen. Mit dem kommen wir nicht mehr weiter. Dann tu mal bitte das Licht brechen. Bleibt bei mir. Mit dir kann man ja nicht sehr viel anfangen, oder? Du kannst aufhören. Gebombt. Oder? Hier kann man nicht sehr viel machen. Anerst bin ich gar nicht. Okay, holen wir mal das andere Ding hier her. Äh. Einmal E, bitte. Und... Oh, da hinten ist auch noch was. Zu dem. Gut. Ich glaube, da können wir jetzt einfach hingehen, ne? Ja. So, hier ist der. Eigentlich... War das jetzt total für den Arsch, dass wir das herzogen haben, oder? Hätten wir es eigentlich oben stehen lassen können. Okay, und jetzt auf der Seite. Mal da rüber. So viel Aufwand. Und das nur wegen dem blöden Ratten hier. Sprengen? Was heißt hinten nach? Ich will mal da runter. Wie jetzt? Jetzt setzt er nicht weiter? Ja, toll. Geht hier nicht weiter. Äh, dann tu mal Licht brechen. Oh, da hinten ist, äh, noch mehr. Ja, aber ich komm nicht zu der Kiste. Kann ich da einfach runter? Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Okay. Was bringt uns das, dass wir jetzt hier unten sind? Und vor allem... Oh, was ist das hier? Das ist eine Karte von diesem Ort. Die Gleise und Feuerbecken. Keine Karte. Ein Entwurf. Die ganzen Mechanismen. Da sind noch andere. Da! Sieht aus wie das Chateau d'Ombrache, Amicia. Stimmt. Das ist der Innenhof mit den ganzen Feuerbecken. Und was ist das? Mehr davon. Zeichnungen und Karten von... Dänemark. Konstantinopel? Die hier ist aus Asien. Oh, das passiert also weltweit, oder wie? Ich weiß nicht, dass der Orden so weit reicht. Weil es überall passieren kann. Was? Eine Seuche. Los, gehen wir. Ja, das Problem ist... Wenn wir jetzt da oben rauf gehen, dann sind wir sofort geraten. Du kannst dir... Scheiße, wie machen wir denn das jetzt? Äh... Ja, I know. Ähm... Ich hab jetzt erstmal andere Probleme. Oder kann ich da einen Feuerpfeil hinschießen? Ich probier's mal. Nope. Kann ich den Pfeil wieder nehmen? Nein. Warte, wie kann ich den jetzt hier nehmen? Ja, scheiße. Ähm... Ich glaub, ich muss drauf gehen. Schnell! Hoch! Sicher! Oder so. Ja. Komm, schnell! Schnell! Okay. Licht brechen. Schau mal doch mal da wegen dem Kahn. Was können wir da machen? Hat uns jetzt ehrlich gesagt gar nichts gebracht. Okay, hör mal auf damit. Geht klar. Wir fahren mit dem Kahn mal wieder retour. Schau nicht einfach nach hinten. Nee, muss von der anderen Seite machen. Können wir den einfach weiter reinschieben? Schon, ne? Was uns jetzt... Nicht sehr viel gebracht hat. Hm... Da kann man nicht weiter... Da kann man nicht drüber wegen dem Kahn hier... Das Ding ist irgendwie nutzlos. Wir können das... Hm. Wir können uns mit dem nicht sehr viel bewegen. Nur vor und zurück. Ha. Okay. Ich will da jetzt... Ich schau mal ganz kurz im World Wide Web nach. Ähm... Was sind die Lösungen? Ich komm jetzt grad nicht drauf. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Das ist wohl recht einfach. Ich hab's noch nicht gesehen. Bei dem Wrack soll es wohl irgendwo... Wow, 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 wow. Soll es wohl irgendwo ein Fass haben, wo man dann das hier entzünden kann. Aber ich seh das Fass nicht. Ich glaub, wir gehen mit dem mal wieder nach vorne. Neben des Swag hier. Hä? Die Kamera geht voll drauf, aber ich seh's nicht. Hä? Wo ist der Tank? Ich bin doch jetzt... Ich bin doch nicht doof. Da ist kein Tank. Ähm. Kannst du mal Licht brechen? Wo siehst du den Tank? Ach, da. Ah. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Ich glaub, wir gehen mal zu der Plattform da vorne. Und schauen, dass wir hier den Tank irgendwie erwischen. Reicht sich das aus, dass wir hier nach hinten gehen? Ohne, dass wir das Teil jetzt verschieben? Nope. Wir müssen mit dem Teil wieder nach hinten. Ach, schade, dass ich den nicht von hier irgendwie erreiche. Okay. Äh. Dumm, 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 dumm. Oder ich bringe das ganze Ding mit her. Wie würde das denn gehen? Hm, versuche, was wert. So. Ähm. Hm, 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 hm. Bitte einmal nach hinten. Okay. Okay. Okay, ihr könnt aufhören. Krieg ich das jetzt irgendwie anvisiert da hinten? Nee. Komm, Moment. Äh, bitte einmal Licht brechen. Und aufhören. Danke. Oh. Nice. Nein. Ja, wir sind schon ein komischer Haufen. Wie gehst du, Ugo? Ich fühle mich komisch. Komisch? Los, Ugo. Wir sind fast da. Bist du dir sicher? Dieser Ort ist einfach... Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Ugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen das tun. Ja. Ja, nicht wütend. Bin ich nicht. Oh. Traurig. Bitte nicht. Und jetzt von der Seite. Und einmal rüber. Warum geht die Kamera jetzt so nach außen? Okay. Vorerst. Gut gemacht. Ja. Gehen wir weiter. Alter. Die war ja ganz schön wild drauf. Und fast, aber es allein mit ihm fertig wurde. Das Mädel konnte wohl mächtig gut kämpfen. Sie war entschlossen. Er bedeutete ihr alles. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Sie wusste es. Weißt du, was es war? Ich fühle mich düster. Wie in meinem Traum. Als ich gestorben bin. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Bitte, gib uns irgendwas. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Das ist ein bisschen nach einem Rätsel aussieht, aber das wäre jetzt der Punkt, wo wir jetzt weiterkommen, als wie unsere Vorgänger. Aber schade. Wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Wer überlegt sich, ist so ein doofes Schloss? So, aber ich gehe mal davon aus, muss alles irgendwie mittig rein. Was haben wir denn hier alles so für Spielzeug? Was macht das? Ja. Kümmer dich drum, Ugo. Ja. Ähm. Okay, was passiert hier? Es hält und der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Ähm. Ich frage mich gerade. Also, ich mache es jetzt gerade nochmal. Ich will mir das nochmal anschauen. Sie lässt ja gerade wieder los. Ich vermute mal. Warte mal, lass es mal hier los. Vielleicht muss ich zuerst das hier machen. Und dann den Riegel. Das Ding, das aus dem Boden gekommen ist. Ist das eine Kurbel? Denke schon. Ähm. Okay, das muss jemand anderes machen hier. Bleiben wir dieses Mal zusammen? Sophia, kannst du das übernehmen? So gut wie erledigt. Okay, nice. Das überlasse ich dir, Ugo. Okay, dann kannst du auch mal was machen. So, dann haben wir hier die Bremse. Du kannst aufhören. Gerne doch. Okay, und dann machen wir das gleiche hier. Ich brauche Hilfe, Sophia. Alles klar. Und ich übernehme dann hier die Bremse sozusagen. Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Regeln. Oh, 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 oh. Ach so, nee, Moment mal. Jetzt haben wir hier vielleicht ein Problem. Du kannst aufhören. Oh, da muss Sophia das machen. Okay, wir machen das anders. Ich mache das, Sophia mache das da hinten, weil dann kann ich hier aufhören. Jetzt, lass mich doch. Okay, Sophia. Nein, warum jetzt Ico? Nein. Na toll. Hä, wie mache ich denn das jetzt? Also so, hm. Kümmer dich drum, Ugo. Also immer Ugo macht das. Ich kann nicht sagen. Hm. Ja, nee, da kannst du nicht aufhören. Hä, okay, wie kriege ich das auf, wenn Ugo nur die Bremsen macht? Lass mich nicht wieder allein. Ja, ist ja gut. Hm. Sophia. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Sophia, ist auf dich verlass? Gerne doch. Oh, was ist denn da hinten? Ein Kahn. Was macht der denn hier? Ich brauche Hilfe, um es offen zu halten. Moment mal, Moment mal. Hilf mir bitte, Sophia. Alles klar. Okay. Irgendwas machen wir mit dem Kahn hier. Sophia, kommst du? Äh? Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Äh, 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 äh. Müssen wir den nicht vielleicht zuerst mal rausfahren? Ja. Okay, weiter geht's nicht. Ah. Damit können wir vielleicht das hier unten halten. Aber da ist das Tor dazwischen. Oder kann ich das durch das Tor durchschießen? Probier das jetzt mal. Würde das gehen? Nee. Was kann ich damit? Hm. I'm not sure. Okay, so. Oder geht das vielleicht rauf? Bin sie da... Okay, wir machen's nochmal. Äh, einmal bitte. Ich brauche Hilfe, Sophia. Wird erledigt. Yes. Es ist offen. Wollte ich jetzt drauf schließen, obwohl Igo da jetzt dran ist. Oder hier oben? Nee. Ähm, Igo, hör mal auf damit. Okay, so geht's. Ja, keine Sorge. Ähm, Sophia, da kannst du auch damit aufhören. Haben wir hier auch nochmal so einen Wagen? Oder kann ich dann die Kurbel in der Mitte... Ähm, ja, zuerst hole ich mir da eine Kiste. Die ich sonst eh wieder übersehen hätte. Ja, bin immer gespannt, ob das jetzt unser Checkpoint wird. Hoffe ich auch. Bitte. Ja, ich weiß. Ähm, Igo, du machst dann wieder hier die Bremse. Igo, ich brauche deine Hilfe. Gut, gut. Damit ich dann das Teil hier bedienen kann. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir's. Äh. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht. Hä? Ah, die Steuerung bei dem ist so komisch. Komm jetzt. Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Ob er auch immer da ist. Ähm, ist das jetzt so Rattenheadquarter hier? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Was zum... Ein... Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Safepoint. Nicht gerade einladend. Ähm. Sehen wir weiter. Muss ich das hier kaputt machen? Vermutlich schon, ne? Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Ähm. 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 Was zum... Ja, Gott sei Dank hält das Ganze hier noch. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Ach ja. Seht hier. Da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Möchte ich da runter? Das hat ja auch einen Grund, warum wir hier oben sind, oder? Ach, Geronimo. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Oh! Oh! Alter, das sind alles menschliche Überreste. Nein! Nein! Ja, aber ja, klar. Alles in Ordnung. Oh! Na, nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Ja! Wie komme ich wieder zurück? Ja, voll... Diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Na, erstmal hier looten. Alles, was das Zeug hält. Hier kann ich wieder durch. Ah! Ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten! Sie halten die Brücke! Komm schon! Sie wird sich wehtun, Sophia! Nein! Ich bräuchte da mal... Oh, da hinten hat's auch ein Feuer. Ich glaube, wir machen da mal ein Feuerpfeil nach drauf. So, und hier bräuchte man... Wir machen mal ein Feuer. Ein Topf mit Feuer vielleicht. Ah, nee! Moment mal! Ich kann ja die Ratten weglocken. Das hat aber offensichtlich nicht gereicht. Ah, toll! Scheiße! Ähm... Dann machen wir's halt mit her. Stimmt. So wär's auch gegangen. Okay. So, schön weiter. Komm, schneller, 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 schneller. Ah, das ist Lockmittel. Habe ich jetzt natürlich ausgelassen. Jo, alles gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werde nicht unachtsam. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt? Und kein Werkzeug. Ähm... Ah, hier wieder mal zum Lösen. Los geht's. Lasse! Sieh, sieh, sieh! Hat es geklappt? Ja! Jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge! Bitte, mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Weiter so, du schaffst es! Natürlich! Das wird es alles wert sein, Hugo! Hoffentlich hast du recht. Das werde ich! Ganz sicher! Das hofft! Ich bin überzeugt, Junge. Vertraue ihn. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert versprochen. Ich flehe dich an. Ah, hier ist dann wohl End of the Line. Geht man hier wieder raus. Verdammtes Ding! Hey, du steckst fest, oder? Ja! Ich komm mit dem Wagen nicht weiter! Geh um das Drag herum! Wir haben was für dich! Komme! Ähm, Ex-Dingos, Teer werfen. Äh, warum geht das jetzt hier nicht? Stein werfen. Knie verwerfen. Äh, achso. Nice! Hey, ich bin hier! Alles in Ordnung? Merklichisches Feuer! Ich schicke dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn zangen kannst! Perfekt! Mit einem Seil. Bleib zurück, Hugo! Ab geht die Wacht! Ich sehe ihn! Ah, okay. Ja dann. Zieh mal her. Okay, Zeit für Feuerwerk! Oder auch nicht. So, jetzt. Feuerwerk! Äh, ja, Momente mal. Ich mach mal mein Teer. So, und wieder runter zum Wagen. Hä, davon sind sie ja! Dann, überlegt er. Hoffentlich. Wunderbar. So, einmal hier rauf. Ja. Moin! Da hinten! Da hat's bestimmt Werkzeug drin, so wie das aussieht. Wobei, Pause machen ist gar nicht mal so schlecht, denn wir sind an der Zeit. Ich würde, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Und, ja. Tschölle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucha. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.